Russland hat also im Osten, wir haben es gerade gesehen, Geländegewinne zu verzeichnen. Die Lage wird als dynamisch beschrieben. Wie gefährlich ist das für die Ukraine im Moment? Das ist eine schwierige Lage für die Ukraine, weil auch aufgrund von Fehlern, die die Ukrainer gemacht haben, Russland da eine Gelegenheit hatte, bei einem Ort namens Otscheretinie, in Nordwesten von Baftijewka, schneller vorzudringen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und Russland jetzt versucht, diese Situation auszunutzen, also immer mehr Truppen dorthin bringt und die Ukrainer weiter in Bedrängnis bringt. Und es gab in der Nähe dieses Ortes einige Ortschaften, die waren durch diesen Fortstoß für die Ukrainer nicht mehr zu halten und mussten geräumt werden. Und wenn man das vergleicht mit dem Tempo der Fortschritte der Russen in den letzten Monaten in diesem Gebiet, ist das jetzt eine gewisse Beschleunigung. Und es bleibt abzuwarten, wie die Ukraine das jetzt wieder stabilisieren kann und welche Ressourcen sie dafür benötigt. Das sind jetzt eher kleinere Ortschaften, die vielleicht dem Zuschauer auch nicht so viel sagen. Aber was könnte das strategische Interesse der Russen sein, gerade an dieser Stelle vorzudringen? Was ist sozusagen der langfristige Plan dahinter? Die Russen haben ja immer wieder überall versucht, an der Front Druck zu machen. Und sie machen das ja mit sehr brutalen Frontalangriffen. Aber hier, nordwestlich von Avdijevka, hat sich jetzt eine Möglichkeit aufgetan, ein bisschen durch Fehler, ein bisschen durch Zufall. Und im Krieg geht man häufig so opportunistisch vor. Und wenn der Durchbruch oder zumindest der Vorstoß jetzt eben da möglich ist, dann sucht man das dort auszunutzen. Das machen die Russen. Weiter westlich bauen die Ukrainer derzeit an Verteidigungsstellungen, die dazu dienen, jetzt nach dem Fall von Avdijevka die Situation zu stabilisieren. Und es wäre natürlich für die Ukrainer sehr misslich, wenn Russland das jetzt schafft, zu diesen Verteidigungsstellungen vorzudringen, während sie noch gebaut werden. Wir weiten die Runde um das Thema Nachschub. Christian Hahn fragt uns über YouTube. Wird aufgrund von Personalmangel, beziehungsweise er sagt, die Ukraine wird aufgrund von Personalmangel nicht in der Lage für eine neue Ost-Offensive sein? Ist ein in sich bessere Verhandlungspositionen bringen, also das Ziel, sich in eine bessere Verhandlungspositionen zu bringen, ist das gescheitert? Also die Frage sozusagen, wie sieht es aus mit Material, mit Personal auf Seiten der Ukraine? Die Personalsituation ist auf beiden Seiten schwierig. Aber ich habe das schon mehrfach gesagt, sage das nochmal, der Krieg wird nicht dadurch entschieden werden, dass einer Seite die Soldaten ausgehen würden. Beide Seiten haben die Möglichkeit, neue Soldaten mobil zu machen. Die Ukraine wird sich in Offensivanstrengungen, wenn, dann glaube ich aber eher auf den Süden konzentrieren und versuchen, die Lage im Osten mit einem Verzögerungsgefecht im Grunde zu managen. Und im Süden sind ja auch dann jetzt neue Waffen aus den USA verfügbar und Präzisionsschläge in die russische Tiefe gegen die russische Logistik. Also ich würde auch im Osten keine ukrainischen Offensiven erwarten auf absehbare Zeit, aber möglicherweise im Süden. Sie haben gerade auch das US-Material angesprochen. Darauf war ja lange sehnlich gewartet worden. Mehrere Monate hatte es gedauert, bis die Amerikaner es dann freigegeben haben, letztlich im Kongress. Wann ist damit zu rechnen, dass das in signifikanter Stärke dann auch in der Ukraine ankommen wird? Ja, einige dieser Munitionstypen, Waffensysteme waren vorpositioniert. Das heißt, die waren schon in der Nähe der Ukraine gelagert und konnten mit der politischen Entscheidung direkt in die Ukraine gebracht werden. Anderes wird jetzt nach und nach geliefert. Aber es muss natürlich auch innerhalb der Ukraine verteilt werden, an die Front gebracht werden, zu den Einheiten, die es brauchen. Wir haben aber gesehen, dass zum Beispiel die neuen Attack-A-Mess schon eingesetzt worden sind, gegen sehr wichtige Ziele aus ukrainischer Perspektive. Also teilweise sind die Waffen schon da, teilweise werden sie schnell kommen. Die Frage ist ja darüber hinaus, wie weit reicht eigentlich jetzt dieses amerikanische Paket und was machen die Europäer? Ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Können wir gerne nochmal darauf eingehen. Wie lange wird das denn reichen, Ihrer Einschätzung nach? Das war ja ein signifikanter Betrag, aber was bedeutet das dann in Zeit? Man muss wissen, dass diese Summe, 61 Milliarden Dollar, ja eine Summe ist von Geld, mit dem vor allen Dingen nachbeschafft wird für die Dinge, die die US-Streitkräfte abgegeben haben an die Ukraine oder noch abgeben werden. Insofern kann man jetzt nicht erwarten, dass jetzt Waffen und Munition im Wert von 61 Milliarden Dollar in die Ukraine kommen. Das stimmt so nicht ganz. Und viele Dinge, die die Ukraine jetzt braucht, zum Beispiel Präzisionswaffen mit hohen Reichweiten, Luft-Luft-Munition, andere Dinge, die sind relativ teuer. Das heißt, dieses Paket aus den USA, das hilft sicherlich über die nächsten Monate, möglicherweise bis zum Ende des Jahres. Das ist aber nichts, wo man sagen kann, damit wird jetzt der Krieg zugunsten der Ukraine entschieden. Deswegen ist die Frage, wie geht es danach weiter, eine ganz besonders wichtige, nicht nur aus den USA, sondern eben auch aus Europa. Wir haben gerade den Frontverlauf angesprochen gehabt, haben Avdijev gar gesehen. Chassif, ja, hatte ich vorhin angesprochen. Das können wir uns auf der Karte auch nochmal angucken. Vielleicht verbunden auch mit der Frage von Big Papa auf YouTube. Wie lange ist die erwartete Dauer der russischen Angriffe? Shoigu hat ja gesagt, dass die Rüstungsindustrie mehr liefern soll, um die Offensive aufrechterhalten zu können. Also ist davon auszugehen, hier sehen wir nochmal die Örtlichkeiten, dass jetzt die Angriffe der Russen anhalten. Man muss davon ausgehen, dass Russland sehr langfristig plant für die militärischen Operationen gegen die Ukraine. Und das, was Russland macht, ist ja auch ein sehr langsames Vorgehen. Also man wirft Truppen in kleinen Angriffen an die Front, gewinnt damit ganz, ganz geringfügig unter hohen Verlusten Territorium. Das ist nichts, was schnell geht. Das sind auch keine großen, raumgreifenden Operationen. Aber Russland kann das sehr lange durchhalten. Die russischen militärischen Planungen scheinen mir auf Jahre angelegt zu sein. Und die Frage ist dann, wie ist die Ukraine ausgestattet, um dem etwas entgegenzusetzen? Und was kann die Ukraine möglicherweise an anderen Stellen tun, um die Russen unter Druck zu setzen, wenn im Osten diese Angriffe so weitergehen? Ich glaube, die, ich will nicht sagen positive Nachricht, aber ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass Russland zu großen, raumgreifenden Operationen mit sehr vielen, sehntausenden Soldaten gleichzeitig derzeit nicht in der Lage scheint. Wir hören gleich auch noch den Bericht oder auch die Einschätzung unseres Reporters aus der Ukraine. Ich würde vorher gerne noch mit Ihnen über ein anderes militärisches Thema sprechen. Aus ukrainischer Sicht sehr problematisch ist die elektronische Kriegsführung der Russen. Mehrere US-Raketen sind offenbar so von der russischen Seite unschädlich gemacht oder zumindest so entscheidend gestört worden. Die Rede ist da insbesondere von den sogenannten GLSDB-Raketen. Können Sie vielleicht gleich nochmal erklären, was das für Raketen sind? Und genau was treibt die russische Seite da? Was machen die? Und warum ist das für die Ukraine so problematisch? Die westlichen Partner, auch Deutschland, wir haben Präzisionswaffen an die Ukraine geliefert, also Geschosse für die Artillerie und für die Raketenartillerie, die sehr genau treffen können, weil sie GPS nutzen für ihre Steuerung. Und Russland setzt genau da an mit der elektronischen Kriegführung und ist in der Lage, das GPS-Signal zu jammen, also diese Munition so zu stören, dass sie nicht mehr weiß, wo das Ziel ist. Und deswegen woanders einschlägt. Oder auch zu spufen, das heißt der Munition Glauben zu machen, das Ziel sei woanders und dann fliegt die eben in die falsche Richtung und trifft das Ziel nicht. Und die Russen haben sehr leistungsstarke Systeme und das senkt natürlich die Effizienz von Präzisionsartilleriemunition für 155 Millimeter Kaliber, von Raketenartillerie und eben auch von GLSDB. Jetzt muss man gucken, kann man zum Beispiel GLSDB doch tauglich machen, indem man ein Software-Update macht, indem man Frequenz-Hopping macht, also dass die Munition, während sie das Ziel sucht, die Frequenzen ständig wechselt, damit sie nicht so leicht von der elektronischen Kriegführung der Russen gestört werden kann. Aber das ist ein ständiger Prozess. Und leider sind unsere Präzisionsmunitionen, die wir an die Ukraine geliefert haben, eben jetzt nicht mehr so leistungsfähig durch diese Störungen. Ja, die russische Seite setzt da eben auch Störsender ein. Bin ich sicher, ob wir die gerade schon gesehen haben. Ansonsten hätten wir die auch nochmal im Bild. Da können Sie vielleicht gerade auch nochmal kurz sagen, also wie funktioniert das mit diesen Störsendern? Das ist das, was Sie gerade gemeint haben mit dem Spoofing. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also es gibt zwei Methoden, Jamming und Spoofing. Bei Jamming ist es so, dass man die Verbindung der Präzisionsmunitionen zu der Satellitenverbindung, also zu GPS, stört. Man kennt das ja auch, weiß ich nicht, aus seiner Fitnessuhr oder von anderen Geräten, die über Satellitennavigation die Position bestimmen. Und wenn das Signal eben nicht empfangen werden kann, wenn es gestört ist, dann kann die Position nicht genau bestimmt werden und dann trifft Präzisionsmunitionen nicht. Spoofing funktioniert im Grunde andersrum. Man gaukelt der Munition vor eine Koordinate, die sie per GPS sucht. Die ist eigentlich ganz woanders. Und dann denkt man, man ist an Position A. In Wahrheit ist man aber an Position B und dadurch kann das Ziel dann nicht getroffen werden. Beides ist auf russischer Seite sehr, sehr leistungsfähig entwickelt. Und vor allen Dingen haben die Russen eine hohe Durchdringung. Also die haben nicht nur wenige Systeme, die irgendwo untergebracht sind, sondern sie haben das bis in manche Schützengräben hinein, haben sie diese Störsysteme. Ja, das Thema hat noch mehr Aspekte, wenn man das vielleicht so sagen will. Mehrere osteuropäische Länder werfen Moskau eben auch vor das GPS-Signal zu stören, auch in anderen Zusammenhängen. Der Angriff sei Teil einer hybriden Aktion, die mehrere internationale Vereinbarungen breche, hat etwa Estlands Außenminister erklärt. Hinzu kommt, dass auch die zivile Luftfahrt betroffen ist, hat also ganz praktische Auswirkungen. Die Fluggesellschaft Finnair zum Beispiel hat ihre Flüge nach Estland teilweise eingestellt, weil es da immer wieder zu Störungen auch kam. Also da ist die Rede vom ganzen Ostseeraum im Prinzip. Wie ist das einzuordnen? Ja, Russland hat da genau diese Methode des Jamming in Anwendung offenbar mit einem Sender, der in der Nähe von St. Petersburg steht und sehr leistungsfähig ist und der eben über die Grenzen hinweg in NATO-Gebiet, in EU-Gebiet strahlt und da Störungen anrichtet. Und natürlich gibt es zivile Schifffahrt, die verlässt sich auf GPS-Navigation, viele mit ihren Autos, Navigationssystemen auch. Und es gibt Flughäfen wie den Flughafen in Tartu in Estland, der auf GPS angewiesen ist, zum Beispiel für Starts und Landungen von Flugzeugen. Das ist nicht bei allen Flughäfen so, aber bei dem ist das eben so und deswegen können da jetzt Fluggesellschaften nicht mehr landen, weil das zu unsicher ist. Man muss sich fragen, was wir eigentlich unternehmen, wenn Russland über die Grenzen hinweg mit dieser Methode der hybriden Kriegführung, wenn Russland auf diese Weise zivile Luftfahrt, zivile Schifffahrt, andere Dinge gefährdet. Das muss Konsequenzen haben. Das kann man nicht einfach so geschehen lassen. Unser Zuschauer bzw. User Icke auf YouTube macht sich auch Gedanken über die ukrainische Situation. Er fragt, hätte man sich die ukrainische Gegenoffensive 2023 sparen sollen im Hinblick auf die heutige Situation? War das also sozusagen ein militärischer Fehlschlag, ein strategischer Fehlschlag? Im Nachhinein ist natürlich jetzt einfach zu sagen, die Ukraine hatte nicht das, was sie gebraucht hätte, um sich da durchzusetzen. Und wir alle hatten auch, auch die Helfer der Ukraine, keine Erfahrung mit diesen riesigen Minenfeldern, mit den massenweise Drohnen, mit diesem riesigen flachen Gelände. Dass man erst noch mehr Ressourcen hätte sammeln müssen, um so einen Angriff zu starten. Man muss aber auch sagen, die politische Logik spielt da immer wieder hinein. Insbesondere die Partner der Ukraine, übrigens auch Deutschland, aber auch die USA, die waren ungeduldig, so nach dem Motto, da muss jetzt was passieren. Und es ist eine eigentümliche Logik, dieses Wechselspiel zwischen dem Schlachtfeld und der politischen Diskussion. Und so, dass Dinge auf dem Schlachtfeld manchmal nicht aus militärischen Erwägungen heraus gemacht werden, sondern eher aus politischen. Das wird vermutlich aber leider so weitergehen, weil alle in den jeweiligen innenpolitischen Realitäten arbeiten müssen. Was ich richtig finde, ist, dass der ehemalige Oberbefehlshaber Valery Salushny, aber jetzt auch General Sierski, dass die bestimmte Ressourcen, Panzer, Kampfpanzer vor allen Dingen, aber auch Schützenpanzer, dass sie die nicht eingesetzt haben bisher. Die wurden während der gesamten Gegenoffensive nicht eingesetzt. Die sind auch jetzt nicht an der Front, sondern die werden irgendwo unterirdisch aufbewahrt, sicher abgestellt für den Fall, dass die Ukraine wieder in eine Bewegung kommen kann. Und das finde ich auch richtig, diese Ressourcen jetzt nicht sozusagen da zu opfern für eine Operation, die nicht erfolgreich sein kann. Aber die Frage wird sicherlich später nochmal wieder aufkommen, wenn die Ukraine wieder in die Vorhand kommen soll. Braucht sie dann stärkere Luftunterstützung? Braucht sie mehr Minenräumgeräte? Braucht sie mehr Schützenpanzer vor allen Dingen? Also daraus zu lernen, aus dieser Gegenoffensive und beim nächsten Mal die Ukraine besser auszustatten, das scheint mir wichtig zu sein. Im Moment allerdings wird die Ukraine an vielen Stellen angegriffen, kommt also selbst nicht in die Offensive, so auch etwa in Odessa. Da gab es jetzt in der vergangenen Woche sogar drei Angriffe. Welche Bedeutung haben diese Attacken für die russische Seite? Also man sieht da auch prachtvolle Gebäude, die in Flammen stehen und ähnliches mehr. Odessa ja auch ein strategisch wichtiger Ort. Warum greifen die Russen momentan da so häufig an? Ja, das ist die berühmte russische Bruderliebe in Anführungszeichen, über die man viele schwarze Witze macht, vielen schwarzen Humor verbreitet. So nach dem Motto, was ich nicht haben kann, das mache ich dann eben kaputt. Also dass ausgerechnet Odessa und Rakiv Städte, von denen die Russen eigentlich immer propagandistisch behaupten, ach das sind doch eigentlich russische Städte und das sind doch eigentlich Russen. Also da jetzt die Menschen so zu terrorisieren, alles kurz und klein zu schießen, zu bombardieren, einfach wahllos in zivile Wohnviertel Raketen und Drohnen reinzufeuern, das ist ja eine merkwürdige Art von Zuneigung, die Russland da versucht auszudrücken. Es ist natürlich aber auch eine Frustration auf der russischen Seite, weil wir reden jetzt immer von den russischen Angriffen, aber die Wahrheit ist ja auch, dass nach über zwei Jahren Krieg mit extremen Aufwand auf russischer Seite vielen Toten, Umstellung der Wirtschaft, harten Sanktionen Russland keins seiner militärischen Ziele erreicht hat. Kiew ist sowieso nicht erobert worden, aber auch Kharkiv, Odessa, andere Städte, die sind nicht unter russischer Kontrolle und das sieht auch nicht so aus, als würde Russland in absehbarer Zeit auch nur in die Nähe kommen, diese Städte zu erobern. Und dann ist das eben so eine Zerstörungswut aus Frustration darüber, dass man in dem Krieg nicht das erreicht hat, was man wollte. Sie sagen, Russland kommt nicht wirklich voran, also nicht im großen Stil. Andererseits, andersrum, gibt es auch keine großen Fortschritte. Andreas Sachse schreibt uns über YouTube, Die Situation an der Front ist politisch so gewollt. Also der Satz lässt natürlich jetzt Freiraum für Spekulationen. Ich nehme an, er meint, dass eben die Unterstützung noch größer sein müsste, um jetzt eben sozusagen die ukrainische Seite da stärker in die Vorderhand zu bringen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, man muss annehmen, dass eine Überlegung in den USA, aber auch in Deutschland im Kanzleramt gewesen sein könnte, wir unterstützen die Ukraine dosiert, so dass Russland seine militärischen Ziele nicht erreicht. Und dann fährt sich die ganze Sache irgendwann fest. Und man muss jetzt ganz klar festhalten, das ist die falsche Strategie. Das führt zu einem ganz langen Krieg, wo Putin immer weitermacht, zwar nur langsam vorankommt, aber dann doch vorankommt. Und wo die Ukraine von Osten beginnend langsam zerstört wird. Also das, wenn das die Strategie gewesen sein sollte, das funktioniert nicht. Das muss man dringend anders machen. Und ich hoffe, dass da ein Umdenken möglich ist und dass es nicht Jahre dauert, bis man jetzt versteht, so kann es nicht gelingen. Man muss die Ukraine so ausstatten, dass sie die Russen in der Ukraine unter Druck setzen kann. Das ist der einzige Weg, der auch zu Frieden führt. Und diese Hoffnung, das fährt sich von alleine fest. Das ist widerlegt. Ja, in eine ähnliche Richtung argumentiert auch Stefan Dahlmann bei uns auf YouTube. Er sagt auch, ich frage mich, wann die wirklich sehr großen Waffenlieferungen an die Ukraine kommen. Der Westen müsste Russland doch überwältigen können mit der Waffenindustrie, mit seiner starken Industrie. Ich nehme an, in eine ähnliche Richtung denken Sie auch. So habe ich jetzt Ihre letzten Äußerungen jedenfalls verstanden. Theoretisch wäre mehr möglich. Insbesondere was die Industrie betrifft. Die stärksten Industriestaaten in Europa sind in der Lage, mehr zu produzieren als Putin. Und das ist jetzt auch das wichtigste Signal. Wir müssen so viel produzieren, dass wir eben im Grunde sagen, Wladimir Putin, du kannst machen, was du willst. Du kannst nicht gewinnen. Wir werden immer mehr produzieren. Wir werden der Ukraine immer mehr helfen. Das wäre jetzt das Richtige. Das ist auch die Chance, um zufrieden zu kommen. Es ist peinlich, dass die Europäer dazu bisher nicht in der Lage scheinen. Einen Aspekt würde ich mit Ihnen gerne zum Schluss der Sendung noch ansprechen. In einer Woche ist es soweit. Da kommt es zu einer oder der großen Militärparade in Moskau. Der 9. Mai erinnert an das siegreiche Ende des Zweiten Weltkrieges, also für Russland, an den Sieg der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht. Jetzt werden dieses Jahr wieder deutsche Panzer in Moskau zu sehen sein. Allerdings sozusagen als Kriegsbeute. Deutsche Leopard 2-Panzer, auch anderes Gerät, das eben von uns an die Ukraine geliefert worden war und dort dann eben von Russland erbeutet worden ist. Wie ist das Ganze einzuordnen? Wie wird auch, sagen wir mal, dieses Szenario vielleicht auch propagandistisch vom Kreml ausgeschlachtet werden? Was glauben Sie? Putin hat das Andenken an den großen Vaterländischen Krieg, wie die Verteidigung der Sowjetunion ja dort genannt wird, Er hat dieses Andenken umgewandelt in eine bizarre Ideologie und mit dieser Ideologie versucht er seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und die ukrainische Nation zu rechtfertigen. Und das ist zynisch und hilft ihm aber, so denkt er, in der weiteren Mobilisierung der Russen für diesen Krieg, wenn er die Geschichte erzählt, wir machen im Grunde jetzt das, was 1941, 1942, 1943, dann bis 1945 unsere Vorfahren auch gemacht haben und wir sind jetzt auf der Gewinnerstraße, auch wenn es schwierig ist und ab jetzt gewinnen wir nur noch. Das wird der Versuch sein, glaube ich, am 9. Mai. Und Putin missbraucht die Opfer des Zweiten Weltkrieges für die Legitimierung seines verbrecherischen Angriffskrieges. Das muss man, glaube ich, insbesondere am 9. Mai auch immer laut und deutlich so herausstellen. Sein Angriffskrieg hat nichts gemeinsam mit der Verteidigung der Sowjetunion. Eine kleine Fußnote am Rande, da wird auch noch ein bisschen nachgeholfen, damit das deutsche Gerät dann auch noch ein bisschen demolierter aussieht, als es in Wirklichkeit schon aussehen würde wahrscheinlich. Da gibt es Bilder, wie dann auch die Kanonenrohre nochmal verbogen werden, damit das dann auch Ganze wirklich nach Niederlage aussieht für die gegnerische Seite. Hier sehen wir das nochmal, das sind also die Geräte und dann gibt es dort Kräne, die das teilweise dann, hier sehen wir das, mit Gewichten kaputt machen. Und das wird dann eben ausgestellt. Also Sie haben es kommentiert und wir haben es eingeordnet. Vielleicht zum Schluss nochmal einen Ausblick. Raphael L. auf YouTube schreibt uns, je nach Schätzung und je nach Waffensystem, Munitionsart, reichen die russischen Depots noch zwei bis fünf Jahre. Und Russland bekommt ja auch aus China, aus Nordkorea Unterstützung. Wie soll die Ukraine das so lange noch durchhalten? Russland hat sehr langfristige militärische Pläne und kann auf diesem Niveau, das sind ja keine großen Operationen, sondern immer wieder diese kleinen Vorstöße unter großen Verlusten von Menschen und Material, kann das noch lange weitermachen. Jetzt muss man das zur Kenntnis nehmen, dass das die russischen Pläne sind, aber gleichzeitig kann man ja auch zur Kenntnis nehmen, dass bisher keiner der russischen Pläne funktioniert hat in der Ukraine. Und man muss weiter die Ukraine unterstützen. Und ich glaube, da wird es in der nächsten Phase wichtig sein, auch die ukrainische Industrieproduktion, die Produktion von ukrainischen Waffensystemen, Drohnen, Raketen, aber auch ukrainische Haubitzen zum Beispiel, zu unterstützen, das zu finanzieren, dort zu investieren, damit die Ukraine sich eben weiter wehren kann. Und man darf das nicht unterschätzen, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo Russland zwar weiter angreift, aber wenn man vor zwei Jahren, zu Beginn dieses Krieges, die heutige Karte präsentiert bekommen würde, würde man sagen, das ist ein Erfolg der Ukraine, dass sie das geschafft hat, so standzuhalten und dass sie auch die Möglichkeit hat, dem weiter standzuhalten. Aber wir werden alle einen langen Atem brauchen dafür und dürfen nicht immer sozusagen uns selbst vormachen, da gäbe es bald von allein eine Lösung. Also die Europäer werden da, glaube ich, immer stärker gefragt sein, die Ukraine zu unterstützen. Ich glaube aber, dass das gelingen kann weiterhin, so wie es bisher auch schon gelungen ist, diesem russischen Angriff standzuhalten, und dass die Ukraine die Möglichkeit haben wird, sich militärisch durchzusetzen und dass die Ukraine als Staat das nicht nur überlebt, sondern das überlebt, sondern dass sie dann auch mit einer Zukunftsperspektive aus diesem Krieg herauskommen kann. Soweit die Einschätzungen von Nico Lange, Militärexperte, uns heute zugeschaltet, aus Washington, sonst eigentlich eher bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu verorten, unter anderem. Dankeschön für Ihre Expertise, Dankeschön für Ihre Zeit heute Abend. Vielen Dank. Gerne.